Sie möchten Ihre Bankgeschäfte erledigen, wann und wo Sie möchten? Mit dem neuen Chip-TAN-Verfahren ist Online-Banking jetzt noch bequemer und sicherer. Alles, was Sie dazu benötigen, ist ein sogenannter TAN-Generator, den Sie im Internet, zum Beispiel über haspa.de, bestellen können. Und Ihre ganz normale Haspa-Card. Papierlisten haben ausgedient, denn Ihre TAN, also Ihre Transaktionsnummer, die Sie beim Online-Banking benötigen, erzeugen Sie einfach selbst. Auf Knopfdruck. Und das Beste, die Handhabung ist kinderleicht. Lassen Sie mich das kurz am Beispiel einer klassischen Überweisung zeigen. Zuerst melden Sie sich beim Online-Banking an und füllen Ihre Überweisung wie gewohnt aus. Dann wählen Sie Chip-TAN-Comfort als Sicherungsverfahren und klicken auf Weiter. Ihre eingegebenen Auftragsdaten werden nun in einer animierten Grafik auf Ihrem Computerbildschirm dargestellt. Diesen sogenannten Flicker-Code können Sie jetzt mit Ihrem TAN-Generator einlesen. Dazu stecken Sie die Haspa-Card in den TAN-Generator und drücken die Taste F. Nun halten Sie das Gerät einfach mit dem optischen Sensor an den Bildschirm, genau vor die animierte Grafik und lesen damit die Auftragsdaten ein. Nach der erfolgreichen Übertragung der Daten werden Ihnen wichtige Auftragsbestandteile zur Überprüfung im Display des TAN-Generators angezeigt. Wenn Sie die Daten mit der Taste OK bestätigen, erzeugt das Gerät eine TAN, die nur für diese eine Transaktion gültig ist. Geben Sie diese Nummer in das Online-Banking ein und schicken den Auftrag ab. Fertig. So einfach, bequem und sicher war Online-Banking noch nie. Ihre Vorteile mit ChipTAN noch einmal im Überblick. Besonders bequem für Sie, auf Knopfdruck generieren Sie Ihre benötigten TANs. Papierlisten und die Freischaltung von Folgelisten sind überflüssig. Innerhalb Ihrer Familie kann der TAN-Generator auch von mehreren Personen genutzt werden. Die automatische Verknüpfung Ihrer Auftragsdaten mit der TAN-Nummer macht das ChipTAN-Verfahren besonders sicher und bietet bestmöglichen Schutz, zum Beispiel vor Phishing-Attacken. Der TAN-Generator passt in jede Tasche und ist überall auf der Welt mit jedem PC nutzbar. Auch im Urlaub oder auf Geschäftsreisen haben Sie Ihre Bankgeschäfte immer im Griff. Sie wollen ChipTAN jetzt sofort für sich nutzen? Oder haben Sie noch Fragen und wünschen mehr Informationen zum neuen Verfahren? Dann schauen Sie einfach auf haspa.de nach oder wenden Sie sich gern an unsere Hotline. Auch per E-Mail sind die Kollegen immer für Sie da. Und dann schauen Sie einfach auf die TAN-Generator.